Und die Zimmerer aus Bayern und Baden-Ottemberg haben jetzt hier einen zentralen Platz mit vielen tausend Besuchern jede Woche ein Holzhaus aufgebaut, eine Qualität aus dem deutschen Handwerk und wollen beweisen, dass man hier ganz wenig Wärme und Kälte verliert. Denn diese Isolierung ist ja für Wärme und Kälte gut und deswegen bin ich gespannt, was im September rauskommt und das Ganze ist mit Sicherheit ein Projekt, das Aufsehen erregt und deswegen jeden nachdenklich macht, mit etwas mehr als bisher für die Sanierung und Dämmung seiner Gebäude, seiner Wohnung zu tun und dadurch Energie zu sparen, übrigens damit auch eine geringere Strom- und Gasrechnung in Zukunft zu haben. Europa hat viele Fähigkeiten, aber richtig ist Ingenieurkompetenz, Materialbearbeitung und das Handwerk, der Meisterbrief sind weltweit einmalig. Und deswegen traue ich hier dem Zimmerraum im Holzbau, in der Holzbearbeitung zu, dass sie Maßstäbe setzen und dass sie anstecken, Kirchen. Und es durchstrahlt auf alle europäischen Länder mit dem Ziel von Irland bis Griechenland, von Portugal bis Lettland Energie zu sparen. Auch wenn die vierte und die incapaz, die vorliegen, die zwei Menschen sind in der Holzbearbeitung, die drei Jahre Aeredein думаю, dass sie nach der Schildkonferen So ein Moment. So ein bisschen kündig ist, ich bin ich zu schild auf der Jäufe. ich konnte es nicht mehr als Schildkorso. Vielen Dank.